auf den hand ist das ärgerlich das war's, hab ich noch anders, bla 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 na gut das ist echt scheiße das war's, hab ich noch nicht das infizierte Laub muss ich dann irgendwie wegschmeißen, hier kann man es ja besser wegschmeißen als bei normalen da fliegt der immer noch ein bisschen runter das infiziert warum geht das nicht kann ich einen noch aufbessern oder so geht das einfach nicht mit jeder Erde das ist doch echt kacke mann ne, die mach ich erstmal noch nicht groß da müssen die beiden erstmal runter achso das ist echt nervig warum ging das nicht ach alles alles kacke tja, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter das ist ja kann ich damit noch mehr machen schablonenstanzer was ist das ok so ein schablonenstanzer aha das sieht schon besser aus das sind wir weg damit so ich brauche Werkzeug sch Screw du So. Tut ihm eine Pflicht. Nein. Okay, kann ich daraus noch was machen? Soll ich ein Basteltisch? Verdammt. Lehrer Schablone. Echt nervig. Gib mal einen Tisch. Tisch. Ja. Automatische VR-Route. Und was Kompliziertes habe ich natürlich noch nicht. Das sind alles Basteltische. Damit ... Basteltisch zu Basteltisch. Ist das so ein flaches Ding, ne? Nein. So lange ist die Kacke voll. Ja. Haha. Wirklich. Na gut. Jetzt kann ich hier ... ... kann ich die Schablone rein tun und ... Holz. Und tue hier die Schablone rein. Platziere eine Schablone und ein Material auf die linke Seite. Schablone und ... Oh. Woll ich mehr? Naja. So. Wie mache ich das jetzt? Ding aus Konstrukt. Ja. Ein Werkzeug. Werk. 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 Werkzeug. Binnen. Werkzeug. Binnen. Ja. Drei Kisten ist eine Werkzeugstation. Drei Kisten ist eine Werkzeugstation. Mhm. Mhm. Machen wir mal. Es sind nur vier immer. Okay. Machen wir mal. Falte. Schön. Hihi. Okay. Bin noch gefreut. Drei noch, ja. Higis decken. Ja. Okay. So. So. Jetzt machen wir Werkzeugstation. Das ist genau dasselbe wie ... ... ... ... ... Hallo? Tue ich nochmal Hammer ein? Hammer. Der Hammer ist das. Ja, aber ... Warum kann ich die nicht anklicken? Da könnte ich schon ausrasten. Hm? Eisenhammer? Nein, will ich doch gar nicht. Einfach einen aus Holz. Das ist so einfach bestimmt, dass ... ... ... die das gar nicht zeigen brauchen. Ohohohohoho. Ah, Chablone brauche ich ja erstmal nicht. Die tue ich mal hier rein. Eine große Tour. Was ist das? Standard-Sortierung, so ich will ... Naja, geht mal. Muss höher. Kann ich noch fahren rein? Ich weiß es nicht. Nein. Ich mach mal noch einen Hammerkopf. Das ist klar. Ich mach es uns ja esto ist wild. Boah, ein Hammer. Achso, da habe ich noch sie drin. Ätzend. Ist doch alles scheiße. Werkstation, achso, was muss er noch, was ist das denn hier, große Plattenschablone. Werkzeuggriff, wirklich? Pfannenschablone, Klingenschablone, Schützer, dann mache ich mal einen Griff. Das ist natürlich total lächerlich, erstmal wieder, verdammt. Achso, man kann zwei, okay. 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 Okay.